Was bedeuten diese Minecraft Achievements? Part 1. Wenn wir ein Achievement in Minecraft bekommen, fragen wir uns doch immer, was das eigentlich bedeutet. Dafür bin ich da und in den folgenden Parts werden wir uns alle 123 Achievements angucken. Inventur. Inventur ist lediglich das Achievement, wenn man das Inventar öffnet. Dreimal auf Holz geklopft. Dieses Achievement bekommt man, wenn man einen Baum abbaut und daraus einen Holzblock gedroppt bekommt. Werkbank bauen. Ist glaube ich relativ selbsterklärend. Glück auf. Dieses Achievement bekommt man, wenn man eine Holzspitze craftet. Ganz lustig, dieser Spruch ist übrigens der deutsche Bergmannsgruß. Heiße Angelegenheit. Dieses Achievement bekommt man, wenn man einen Ofen craftet. Schmiedekunst. Dieses Achievement bekommt man, wenn man einen Eisenbarren schmilzt bzw. das Eisenohr. Fang an zu ackern. Dieses Achievement bekommt man, wenn man eine Hacke craftet. So, das war's doch erstmal mit dem Video. Wenn ihr mehrere Teile davon sehen wollt, die da natürlich auch etwas anspruchsvoller sind und wovon man die Antworten vielleicht nicht sofort weiß, dann schreibt es gerne in die Kommentare und liked und abonniert.